Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, ich komme zurück bei Mass Effect 2. Letztes Mal haben wir wunderschön die Kollektoren vernichtet. Und ja, dann haben wir einen Auftrag bekommen, wir sollen in irgendein Gefängnis gehen und so ein Quatsch. Und dann habe ich hier mit dem gequatscht und dann habe ich hier gesehen, dass hier unsere gute Kugel ist. Und die gucken wir uns jetzt ab. Und die wird irgendwie immer größer und dann doch nicht so groß. Und da ist unser Helm, den wir gefunden haben. Yay. Cool. Okay, wartet. Beziehungsweise nicht wartet, sondern Deck 1, Bam, 2, Bam, Bam, Bam. Wir haben einen kurzen Prozess müssen wir jetzt machen, ja. Die sagen mir bestimmt, ich habe wieder Nachrichten, deswegen gucke ich jetzt erst mal, was ich hier für eine Quest habe, Bam, Auftrag. Ankommt. Okay, ankommt, los geht's. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Allgum, shit. Horizon. Zoom, einmal durch die Sonne. Last Portal. Wir müssen... What the fuck? Boah, wir können so viele neue Sachen machen. Wir können so viele neue Leute rekrutieren. Tali rekrutieren. Mit der hatten wir schon ein paar Probleme jetzt gehabt. Oh, jo. Dr. Kenzen retten. Aber das war das. Da mussten wir hin. Wir mussten diese... Diese komische Frau retten. In dem Knarscht. In den Knarscht. Aratont. Umlaufbahn anfliegen, Popperon. Bitte. Bitte machen Sie das. Umlaufbahn fliegen, fliegen. Puh, wir sind schon wieder echt weit gekommen, muss ich sagen. Zwei Pünktchen haben wir. Können wir uns schon sicher. Und so sind wir. Abfänglich sind es schon seitdem. Wir sind... Oh, ich muss das stimmen. Ich muss das alleine machen. Ich darf mein Team nicht mitnehmen. Oder ich soll mein Team nicht mitnehmen. Ähm... Das hier war irgendwas mit Explosionen oder nicht gerade? Oh, ich muss das... Zugang ist bescheiden. Geben wir den Autorisierungscode ein. Easy. Easy as fuck. Geht gut. Wir wurden entdeckt. Was ist das denn? Fuck man, falsche Waffe draus. Ich muss Dr. Kanzel finden. Dr. Kanzel. Das ist kein Ding. Wir finden Dr. Kanzel. Ist das Dr. Kanzel? Bist du Dr. Kanzel? Du bist auch nicht Dr. Kanzel. Ist hier irgendwo Dr. Kanzel? Ooooooh. Loll? How the fuck is this possible? Ganz schön runtergekommen. Selbst für ein Gefängnis. Dr. Kanzel. Okay, Dr. Kanzel. Hände weg. Komm ich also nicht durch, sonst werde ich fritiert. Oh man, nein. So ein bisschen Secrets und so oder was? Eine Kriegsbestia. Was geht hier ab? Das sieht mir noch am richtigen Weg aus. Das passt mir leider gar nicht. Oh shit. Okay, 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 okay. Öffnen Sie die Tür. Sie wollten mit einem Asteroin, das macht es von ARA. Sie sind überhaupt nicht. Sie sind für eine Rolle. I don't think so, bitches. Oh yeah, oh, we gotta do it. Ich will mit Neko. Kalt wie Eis. Oh no, please don't. Ich weiß nicht, manche ist es gut, dass da so viele Türen sind. Manche ist es nicht so gut. Ich weiß nicht, manche ist es gut. Okay. Ich weiß nicht, manche ist es. Einige übertreiben es mit den Türen einfach. Mein Ziel ist da hinten. Ich bin entspannt. Klingt fucking entspannt. Oh, da war noch einer Die habe ich übersehen So, spinnt auf Ich habe 47 Tage am Stück gearbeitet Und jetzt haben wir auch noch Menschen unten im Gefängnis Wie kann ich mal eine Pause machen? Da müsste es doch jemanden geben, der mal eine Nacht für mich einschreibt Wir gehen mal Richtung Feuermunition Weil anscheinend sind wir nur Menschen oder sowas Wir gehen mal Richtung Feuermunition Nein, das war falsch Ich weiß nicht, was ich machen soll Ah Ich weiß nicht, was ich mache Was der Oh, bitches Ich dachte, da wäre irgendwie eine Info zum Passwort oder so Was gibt es hier? Naser Das Abhören der Com-Bakten zahlt sich aus Wir haben eine Nachricht an die Anians abgefangen, die von irgendwo in Asteroidenhörter kam Wir haben mitgehört Wie alt man scheint, die Anführerin Wenn die Hier sind Gegner, hier ist der richtige Weg Was up, bitch Ich frage sie noch mal Die Menschen sagen uns immer noch nicht, wo ihre Wappen Sie verschwenden Zeit Die Reaper kommen Die Reaper kommen hierher Zu diesem Portal Mit jeder Sekunde, die sind sie mich fertig Mein Spiel ist abgestürzt Aber Okay Leute, da tut mir jetzt echt leid Aber was soll man machen Wenn das Spiel Nein sagt, dann sagt das Spiel Nein Ist halt eine kurze Folge Jetzt 10 Minuten Dafür haben wir letztes Mal oder vollletztes Mal halt auch hart überzogen Ähm Ja In der nächsten Folge werden wir wieder Ich weiß nicht genau, wo wir einsteigen werden Mal gucken Vielleicht da, wo wir jetzt gerade waren Oder wir machen das einfach nochmal Mal schauen Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein Und bis zum nächsten